Lieder, die wie Brücken sind, die braucht jedermann. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Musik eine Sprache ist, die universell in jeder Kultur auf der ganzen Welt verstanden wird. Wir nehmen das zum Anlass, heute die aktuelle Ausgabe der Welt kompakt in diese universelle Sprache, die Musik zu übersetzen. Thema auf der 2.3 heute, Thema des Tages, ist Angie bei Anne Will und natürlich ist der Song dazu, Angie, When Will Those Clouds All Disappear, von den Stones. Ja, der Top Hit meines Ressorts passt zu diesem legendären, krassen Foto, Widerstand gegen das Massaker der Studenten in Peking 1989 und passend dazu natürlich Tonsteine, Scherben. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Unser Aufmacher war heute der tolle Discount-Markt-Kick und deswegen würde ich meine Stimmung heute mit dem folgenden Song beschreiben. Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Also der Sport trellert heute in Abgesang auf Ruhe an Carlos Gomez, der ganz derbe von Klitschko ausgenockt wurde. Das Top-Thema der Zeitung ist heute natürlich die Fußball-Bundesliga und der Auswärtssieg des Hamburger Sportvereins auf Schalke mit 2 zu 1. Die Hamburger können noch Meister werden und sind der Hertha dicht auf den Fersen und deswegen wäre das Lied dazu heute natürlich Lotto King Karl mit Hamburg, meine Perlen.